So, willkommen zurück bei Binary Domain. Wir sind mitten im Kampf gegen so eine riesige Metallspinne und ich liege eben am Boden. Ich glaube, ich heile mich mal selber. Ich habe ja Moni eingesammelt. Mal schauen, ob mir das was bringt. Ja, ja, ist mir klar. Scheiße, sie hat mich erfasst. Hier kommen Raketen, zurück. Scheiße, okay. Also weglaufen, wenn Raketen in den... Alter, sie kommt viel zu nah. Oh, verschwinde, oder sie erdrückt dich. Fuck. Ein Zielsuchlaser. Wenn sie uns erfasst, sind wir am Arsch. Denn sie hat dich erfasst. Geh in Deckung. Und wie soll man das überleben, bitte? Ähm, ja. Oh mein Gott. Okay, direkt unter der Spinne stehen ist nicht gut. Sehe ich gerade. Kannst du mir helfen? Bo? Komm schon, Bo. Hilf mir. Das ist richtig nett von dir, dass du das tust. Ich bin in der Hauszeit. Ich schaue mich da hoch. Was zum Teufel? Wieso? Ein Zielsuchlaser. Wenn sie uns erfasst, sind wir am Arsch. Scheiße, sie hat mich erfasst. Ja, das ist echt doof. Komm schon, bleib doch mal stehen, du Kackspinne. Der Laser hat mich nicht mehr erfasst. Das ist echt lobeswert, aber das nützt nicht. Oh. 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 Ich würde ja gerne. Shit. Da ist auch noch so ein Ding. Okay, das war echt gut. Krass ist. Okay, versuche ich es mal. Was zum Teufel. Die trifft sie mich auch nicht. Krass ist ja. Okay. Yes. Ein Zielsuchlaser. Wenn sie uns erfasst, sind wir am Arsch. Die hat doch schon ein Bein weniger oder nicht? Denn sie hat dich erfasst. Geh in Deckung. Das ging ja noch mal gut, ey. Die Deckung hier ist echt nicht schlecht. Fass es nicht, ey. Haben wir wieder ein Bein abgeschossen? Das ist echt lobenswert. Cool. Sie versucht uns zu erfassen. Ne. Tut sie nicht. Sie zielt auf dich. Schnell in Deckung. Sie zielt gar nicht auf mich. So. Wo ist denn hier noch so ein scheiß Obo? Ich könnte mal wieder hier so ein Nachschubrobo drauf sein. Das ist doch ein Kack. Nachschubrobo wäre cool. Das hier ist auch gut. Aber Nachschub wäre noch besser. Aber ich frage mich, wie lange ich dieser Kampf noch ziehen kann, ey. Alter. Ja. Ah, das gibt es ja nicht. Nee, nimmt es auch nicht. Dummerweise. Nein, bleibt doch hier. Oh, oh. Nein, hat sie nicht mehr. Haben die das abgelegt? Ja. Ich glaube, die hat mich erfasst. Oh, scheiße. Ja, ich bin auch am Arsch hier. An dieser Stelle. Okay. Ging ja nochmal gut, ne? Oh, mein Gott. Ja. Kein Scheiß. Halt sie. Ey. Ist das euer Ernst hier? Geht doch. Ja. Was denn unsere Chance? Ja. Okay, ich bin tot. Boah, ey. Das ist wirklich krasse Scheiße. Okay, okay. Ich glaube, ich sollte in dieses Haus gehen. Ich habe null Money. Nicht gut. Diese Scheißbeine, ey. Ich komme hier schon klar. Oh, oh. Lauf doch. Auf. Auf. Auf, Dan. Danke. Oh, nein. Ich frage mich, wo diese Nachschubbots sind. Nachschub. Ich brauche Nachschubbots. Ich brauche Nachschubbots. Scheißvieh. Wo ist der denn? Da. Da ist noch einer. Er geht es gerade nach nach. Ja. Das ist sogar sehr gut. Boah. Okay. Jetzt ein bisschen gut zielen. Hey, was machst du denn? Lauf, sie macht nicht Platz. Ich kriege das schon hin. Ah. Verdammt. Wie Beine hat die denn noch? Diese Scheißspinne, ey. Hoffe ich doch. Ich brauche wieder ein bisschen Monizung. Finde ich hierhin. Vielleicht noch Moni. Oh ja, da ist noch Moni. Oh oh. Kein Scheiß. Ich möchte das einsammeln. Lass mich das einsammeln. Ach, ich bin voll. Okay. Das ist very good. Komm schon. Das ist total das geile Ding, ey. Kommen die hin? Ja. Echt nicht? Hast du sie erwischt? Steht wieder auf? Natürlich. Abhauen. Alter. Ich kriege zu viel hier, ey. Habe ich sie? Nein. Ich bin recht tot. Super. Soll ich dir helfen? Ja. Ja, danke. Hilf mir, los. Hilf mir. Was für ein Eurekampf, ey. Los, hilf mir doch. Das ist super nett von dir. Oh mein Gott, hilfe. Entschuldest du mir was? Ja. Das tue ich wohl. Alter. Paketen. Aha. Ich glaube, ich gehe mal wieder hinten hin. Ey, das ist ja unglaublich, ne? Scheiße. Oh fuck. Lebe ich noch? Bitte. Hoffentlich. Wo ist sie denn schon wieder? Ah. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist die verwundbare Stelle. Nein, 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 das ist es nicht. Scheiße, das nimmt kein Ende. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Kannst du mir... Okay, wir können mir nicht helfen. Dann muss ich es abschneiden. Ich habe ge... Also, man kann sich jetzt nicht mehr so gut verstecken, habe ich gesehen. Aber... Fuck, Spinne, ey. Okay, hat's... War's das jetzt? Nein, natürlich nicht. Ey, die kann auch noch... Was? Die kann auch noch auf einem Bein weitermachen? Die hüpft. Diese Spinne hüpft jetzt. Das ist unglaublich. Eine hüpfende Spinne. Die Raketen schießen kann. Und... So weiter. Okay. Raketen. Raketen. Noch mehr Raketen. Ja, ja. Hilf mir da lieber mal. Alter. Ich habe es doch gleich geschafft. Was soll in die Kacke? Ich habe es doch nicht. Das ist eine Schwierigkeit. Mist. Ich habe keine Mini-Kids mehr. Tja, das will ich auch nicht. Ich habe nur noch eins. Ich habe nur noch eins. Alter. Okay, kommen wieder Raketen rein. Ich bin dabei. Meine Fresse. Weil ich mit der Rettung-Kuppel die Uhr tickt. War's das? Ich glaube schon. Boah. Hast du das gesehen? Na komm, Faye und Bo. Wir haben es geschafft, ey. Alle noch am Leben? Schreit, wenn ihr tot seid. Sind alle okay? Das hätten wir überstanden. Wo wart ihr denn? Ich sehe nichts. Die Spinne will einfach nicht aufgeben. Shit. Hoffentlich laufen wir nie wieder einer von dieser Sorte über den Weg. Dan. Was ist? Im Qualm bewegt sich was. Was? Die Scheißblechbüchsen kriegen einfach nie genug. Im Qualm bewegt sich was? Okay. Nicht euer Ernst, oder? Ich schau mal. Oder ich würde sagen, ich mach hier mal einen Schnitt rein. Das war nämlich genug Action für diesen Part, ey. Okay. Ich wünsche euch dann auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.